Dieses Video zum Thema Nass und TrueNassCore war keines das geplant war, sondern eher eins, wo sich ganz plötzlich eine Gelegenheit aufgedrängt hat. Eine Festplatte ist ausgestiegen. Die Wahrheit ist, Festplatten sind Verbrauchsmaterial. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann sie sich ins Daten Nirvana verabschieden. Je nach Aufbau eines Nass sieht das mehr oder weniger ordentlich aus. Viele Festplatten brauchen allerdings auch viele Kabel. Damit man es besser filmen kann, habe ich das ganze Cage entfernt. Das Problem bei TrueNassCore ist, dass die Festplatten, die defekt sind, nur durch die Seriennummer identifizierbar sind. Deshalb gibt es auf jeder Festplatte die Typenbezeichnung, Größe und Seriennummer als gut lesbares Label bei mir. Das macht das Finden des defekten Laufwerks deutlich einfacher. Eine Platte, die den Dienst aufgegeben hat, findet sich leicht im Status des Pools. Die Tauschplatte bekommt natürlich auch ein neues Label. Und weil bei Festplattenmarken die Meinungen immer weit auseinander gehen, teile ich gerade mal meine Erfahrung mit Seagit. Ich nutze Seagit seit meinem zweiten PC. Es war eine Seagit ST-3120A mit 105 Megabyte, die ich auch nicht kaputt bekommen habe, bis ich sie gegen eine größere getauscht habe. Festplatten dieser Firma waren immer in meinem System verbaut, bis SSDs den Weg in meine Computer gefunden haben. Hier habe ich inzwischen ein paar weniger bekannte Marken ausprobiert, aber auch Marken, die für gute Flashspeicher stehen im Fotobereich. Sandisk war lange Zeit in der BlackEyes BBS verbaut. Inzwischen nutze ich überwiegend SSDs von Crucial und einige NVMe Drives sind von Corsair. Weder Crucial noch Corsair SSDs habe ich bisher kaputt bekommen. Die Sandisk hängt jedoch noch so an ihren letzten 60% Lebenszeit fest. Was Siegelfestplatten und NAS angeht, muss ich aber sagen, dass die Consumer-Festplatten einfach Mist sind. Die 2TB Barracuda-Festplatten sind bei mir gestorben wie die Fliegen. Die Constellations hingegen halten bis auf die eine hier im Video, die ausgefallen ist, gefühlt endlos durch. Viele der Platten in diesem NAS kommen mit großer Laufleistung aus dem Drobo, den ich vorher zum Speichern des Videoarchivs, Fotos und persönlicher Daten genutzt habe. Und aktuell laufen immer noch Constellations im BBS Drobo, der tapfer seinen Dienst verrichtet. Dazu muss ich auch noch sagen, dass TrueNAS mit seinen 15 plus 1 Festplatten läuft nicht dauerhaft, sondern nur wenn es gebraucht wird. Das mag schlecht sein für NAS-Festplatten, ist aber bisher kein Problem. Und ja, der Speicher wird in absehbarer Zeit vermutlich auch knapp werden. Falls jemand 520 Terabyte Festplatten spenden möchte, bitte melden. Mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht alle Rohdaten von den Kameras speichern muss. Jedoch habe ich schon öfters auf solches Material zurückgegriffen und es ist gut, von allem noch Originaldaten zu haben. Nachdem die Seagate Constellation ersetzt ist, muss sie noch verkabelt werden. Achtet darauf, dass Strom und Datenverbindung richtig sitzen, sonst macht man ein dummes Gesicht, wenn der ganze Pool beim Hochfahren nicht mehr zu sehen ist. Die neue Festplatte wird von TrueNAS erkannt und das entfernte Laufwerk kann im Pool-Status ersetzt werden. Zuerst hängt ZFS die Platte in den Pool ein und startet dann den Resilvering-Prozess. Hier wird das RAID wieder so aufgebaut, dass die nächste Festplatte kaputt gehen kann, ohne Datenverlust zu erzeugen. Dieser Prozess kann unterschiedlich lange dauern. Hängt von der Größe und Geschwindigkeit der Festplatte ab. In diesem Fall hat es 3 Stunden und ca. 40 Minuten gedauert. Im Bis zum nächsten Mal.